Kinder- und Jugendchirurgen des Klinikums Klagenfurt warnen vor den Gefahren von Mährobotern, nachdem ein elf Monate alter Junge zuletzt am Wochenende schwer verletzt wurde. Er wurde zwei Stunden lang operiert. Im Schnitt behandeln sie zwei bis drei solcher Fälle pro Jahr. Die Ärzte betonen die Notwendigkeit, als Eltern besonders aufmerksam zu sein, da die Geräte nicht immer Hindernisse erkennen und Kinder im Krabbelalter gefährden können. Da die Gartengeräte immer beliebter werden, rechnen die Mediziner mit einer steigenden Fallzahl an verletzten Kindern.